Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Auszubildende, im Zuge der Corona-Krise erreichten uns immer wieder Fragen, ob auch für Auszubildende Kurzarbeitergeld geordnet werden kann und ob für Auszubildende Kurzarbeitergeld beantragt werden kann. Dazu gilt, erst wenn Betriebsabteilungen oder ganze Unternehmen geschlossen werden, kann grundsätzlich auch für Auszubildende Kurzarbeitergeld beantragt werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in den ersten sechs Wochen das Unternehmen verpflichtet ist, die volle Ausbildungsvergütung weiterzuzahlen.